LALALALA 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 Hi Du warst ja nochmal? Okay. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Miro 3 Ja Joinen 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 Ich bin Baker Ja Cool . Biser und spaß ja warte kurz ich bin noch ein zwei dinger die ich einsammeln möchte so jetzt stelle ich den enchanter wo willst du denn hier alles klar wo ist der enchanter denn da kannst du nur kurz ja ich wollte gerade sagen kannst du drüben machen wo bullshit reinkommen kannst du den jetzt muss ich behalten brauchen wir den nether quartz ne ne bin am spawn oh oh jonas bin am spawn sollen wir da so richtig überraschungseffekt aus den dings kommen nein nein natürlich nicht darf ich die pfeile nehmen von dir ja kannst du machen ich hab ein scharfsbeischwert scheiße das ist voll hast du noch eine menge hast du noch eine menge eisen jonas hast du noch lapis ja habe ich kannst du ein bisschen eisen vielleicht mehr geben ich habe nur noch 13 perfekt habe ich jetzt hier nicht ein scherfe manchmal erst mal fünf schwerter hast du noch viel holz ja ne also ich habe ich in ständen schärfe 2 schwert bekommt scherfe 2 direkt nützlich geil scherfe eins was so viel scherfe 1 mit scherfe 1 scherfe 1 sieht gleich scherfe 2 oh mein gott nein zwei drei scherfe 1 scherfe 1 scherfe 1 scherfe 1 oh was was das sollte eigentlich gar keine falle sein aber das war ich das habe ich das gebaut ne 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 ich hab da hinten auch gerade fahrzeug gebaut das ist so eine richtige falle alter ohne scheiße ganz schön tief also ich weiß nicht was ich nun wieder gefunden hatte die aktion von Lukas als er draufgegangen ist oder bei dir wenn du hier draufgegangen wäre ich bin noch nicht darauf gekämpft ne hast recht das ist schon mal gut aber ey man hast schärfe 4 sagste oh nein scheiße ich brauche ich brauche 19 level ich finde gerade nur noch bannen und so einen scheiß ich hätte gerade ein bisschen lack gehabt aber ich brauche jetzt wieder 19 level und das ist ganz schön scheiße aber dann habe ich eine schärfe 4 schonmal ich weiß nicht soll ich schärfe 4 dann behalten oder sollen wir hoch auf schärfe 5 auf jeden fall würde auf schärfe 5 hoch ok ja weil dann müssen wir echt auf die level fahren ne ey warum sind wir denn in der hölle ja gut klar alles klärchen alles klärchen wir sollten auch unsere rüstung verzaubern stimmt aber die wir also machen lassen wir die rüstung suchen nicht noch die ja ne ne aber wir müssen auch bald mal anfangen richtig zu feiten deswegen weil die anderen fragen ja immer schon stress das machen die einfach nur damit wir angst bekommen dass die angst dass ich angst bekommen hat der eine typ gemacht ich sehe dich als du gerade disconnected bist ich denke mir so naja das verarscht mich jetzt aber ich habe mich trotzdem versteckt in wer waren das weiß ich gerade nicht aber kann ich ja mal ein video nachgucken dann können wir sagen wir sehen dich ich sehe dich aber wir sind gerade die einzigen auf dem server das heißt unser größter feind ist der fallschaden bis jetzt noch ja alles klar bei mir auf jeden fall ja bei mir nicht ist denn hier noch quatsch da ist quatsch jetzt auch ein bisschen runter level 12 alles klar ich habe ein bisschen eisen gefunden zwei diamanten gefunden bist du gerade in der festung drin oder was ja ich glaube ich gehe doch nicht in die festung wir müssen in der festung auf eine pferdebrustung ja die brauchen wir ey lasst uns ein pferd holen und dann so richtig ritter äh rittermäßig äh die alle töten okay dann bauen wir uns noch eine lanze schade dass es das nicht gibt eine schönige lanze wäre echt geil dann könnten wir die so aufspießen ja und dann reiten wir einfach an dem vorbei spießen die auf und dann sind sie weg alle weg ich hab die ganze zeit schiss wenn ich irgendwas abbaue das ist der bein äh zombie pigman da ja ich nicht ok alles klar so jetzt level 15 alter das muss ja richtig viel wieder kosten gleich ich muss ja gleich nachher level 4 und level 4 zusammen machen wie viel level kostet das 30 ne scheinlich ne so level 16 aber da will ich eigentlich noch nicht hin ah langsam geht das quatsch ja aus ne ja hier ist nicht mehr so viel boah scheiße ich hab mein Essen in der Truhe gelassen voll die dort ah da hinten bist du ja hier geht's eigentlich sogar noch ja hab ich auch gerade bemerkt war da hinten ging's langsam aus halt wie gesagt ähm ja hier war Quarz ding ding ach da bist du ok machen wir denn schon mal irgendwie in Schärfe 3 Schwerdl oder so jo warte warte ach nee ich kann jetzt Schärfe 3 und Schärfe 3 ja kann ich so ungestanden ok vielleicht ich weiß nicht ob wir uns Bücher machen sollten ja oder die denn verzaubern ja Bücher verzaubern meinst du ne oh jo auf einmal ist der Abgrund huuu oh ich brauch 5 Level ich brauch ein Level noch im Arsch da hab ich 2 Schärfe 3 Schwerter wie viel hat ein Schärfe 4 gekostet äh 19 was ja das ist übelst heftig ich hab auch grad hammer viel Level gehabt ne dachte so ja nice jetzt kann ich erstmal ein bisschen verzaubern und dann kommt das hm bisschen scheiße hier drüben ist ja gar kein Dings mehr ich bin jetzt mal auf Mission sonst geht der Scheiß leer das Quarz jo mir ist aufgefallen ne beim letzten Dings hast du ja mit Tod von oben zusammen gespielt ne ja ja und weißt du wie ich gestorben bin ich bin von oben auf ihn rauf gesprungen das war jetzt wohl von oben ha ha ja das war witzig ja oh gott jetzt weiß ich nicht wo ich mich runter geboren hab ich glaub hier ich könnte mir jetzt glaub ich rein theoretisch 2 Schwerfe 3 Schwerter machen Jonas auf welcher von den beiden hab ich mich runter geboren auf den wo du grad stehst ah ok perfekt bestimmt hätt ich auch sehen können ich bin jetzt Level 18 ich könnte mir gleich wenn ich ein Level noch hab dann kann ich mir Schärfe 4 oh alter müssen wir so viel Nahkampfschaden machen ach ne müssen halt nur mit Schärfe 4 machen wir doch schon hammer viel Schaden oder nicht ja Jonas sollen wir sonst mal zurücklaufen in die andere Richtung mal gucken ob da müssen sagen wir zum Spawnen dann quasi auf die andere Seite zum Spawnen laufen ja könnten wir rein theoretisch machen willst du denn den Enchantment Table und den Anboss lieber mitnehmen ja ne ne weiß ich den lassen wir hier ja kann ja sein ne weiß ich nicht ein scheiß Level brauche ich noch hier ey boah hier hinten ist schon viel Quarz hier ist doch Quarz sooo Level Schärfe 4 Schwert incoming würde ich oh ok ich dachte jetzt grad dass wir was 5 Minuten noch alter das ist ganz schön viel hätte ich nicht gedacht wie ja ich dachte jetzt wir nehmen schon länger auf in der Folge hier gut in 5 Minuten schaffen wir es nicht mehr weit zu laufen das stimmt aber mhm dafür dass wir halt heute dieser Folge ist losgelaufen ne warte die letzte Folge ist losgelaufen ne gut dann ist das stimmt ich muss mal gucken was ich mir für nen Bogen machen kann äh was ich mir für nen Schwert machen kann 10 Level kostet ein scheiß Level äh Schärfe 3 Schwert jaa Oh, ich kann ja Shia LaBeouf hier einmal einfügen. Mal gucken, ob ich das mache. Nick, hast du vier Level? Nee, gleich nicht mehr. Ich muss jetzt ja meinen Schärfe... Schärfe drei und Schärfe drei gleich Schärfe vier. Hä? Oh. Ja, ich hab vier Level. Scheiße, wieso kostet das nicht 19? Hier, kannst du die beiden mal kurz zusammenfügen? Äh, dreh die zur Not um, weil du kannst, äh, das kann auf Level 2 schon zusammengefügt werden. Äh, Stärke 1 und Stärke 1 hier. Ja. Stärke 2 und Stärke 2. Einmal kostet das 2 und einmal kostet das 4. Ja, nimm das für 2. Nee, ich nimm das für 4. Warte, danke. Dann hast du hier noch eine Stärke 1 Bogen. Für mich? Aber ich hab, ich hab nur, ich hab, doch, ich hab, ja, jetzt hab ich auch zwei Stärke, also danke. Fert. So. So, jetzt hast du auch, jetzt hast du eine Stärke 2 und ich eine Stärke 2 Bogen, ne? Ja. Okay. Wie viel Level hast du noch? Ähm, sechs, aber ich möchte mir hier gerade noch ein paar Schwerter... ... ... ... ... ... ... Zaubern, oder was? Ja, guck, was du draufpacken kannst. Äh, Effizienz, Haltbarkeit und Stärke 1. Ähm, na, na, egal. Gar keins, ne? Brauchst du, glaub ich, nicht, ne. Mach, probier's so mal aus. Nachher, also du kannst ja wieder farmen, nächste Folge durch. Ähm, so. Einschwert hab ich hier. Er hat halt... ... ... Er hat halt gern, irgendwie so ein Schärfe-Drei-Buch oder so, was wir denn auf das Diamantschwert packen könnten. Ja, wir haben ja genug Diers für ein Dierschwert. Stimmt, ein Diersch... Ah, aber meinst du nicht, dass wir uns lieber in einer, äh, irgendwie eine Hose oder so, äh, sowas bauen sollte? Von dir? Wir haben zwei. Ja, aber ich mein, vielleicht finden wir noch mehr. Ähm. Wir haben einen Brustpanzer verzaubern. Inklusionsschutz am Arm. So, Schärfez... Alter, ich... Ich brauche sechs Level. Auch wieder ein paar Schärfe-Schwerter hier. Wir müssen gleich ein bisschen aufpassen, dass wir es schaffen, das auch abzubauen, ne? Schärfe 1. Ja, wird ja stehen, wenn... Da steht ja irgendwann 30 Sekunden, dann können wir es einfach abbauen. Ja. Wird schon gehen. Wollen wir jetzt Level 6 machen, damit ich noch, äh, einmal Protection auf meinem Brustpanzer hab. So, hab ich kurz die Effizienz hier rauf und dann kann ich noch was ich jetzt kann. Schärfe Stoß, Schärfe 1 mit 3... Oh, fuck. Oh, 30 Sekunden. Oh, 30 Sekunden. Ich kann's nicht... Ich hab' nicht genug Platz gerade. Irgendwann, ich muss kurz mal aufpassen. Ich hab's hier in den Charter kurz stehen lassen. Ja, ober ich. Den Armbrust baue ich schon mal ab, ne? Ja. Scheiße, ey. Was war's? Ich sag, dass ein Schärfe-Schwerter sind da noch drin, ne? Jonas? Ja, egal. Neun. Table abbauen. Soll ich ein Table abbauen? Ja. Table ich hab' gebaut. Das war's. Ist auf jeden Fall gut. Mit Mario Folge 7. Ich hab jetzt eine Schärfe-Vier-Schwert und eine Schärfe-Zwei- oder Drei-Schwert noch. Ähm, ja. Ich hab zwei Schärfe-Drei-Schwerte. Also, dann kannst du auch eine Schärfe-Vier haben. Ja. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Lasst einen Daumen oben da, ne? Bis zum nächsten Folge. Ciao. Tschüss.